Ciao, ich bin noch Carmine de Michele, ich komme aus Neapel. Und ich bin Eva de Michele, ich bin aus Vöcklenbrock. Und wir haben uns in Wien in einer neapolitanischen Pizzeria kennengelernt und sind dann relativ schnell selber selbstständig geworden mit neapolitanischer Pizza. Unser Teig ist speziell, weil wir eine spezielle Technik haben, weil es mindestens 24 Stunden lang rastet. Und dann ist es ganz leicht, weil wir wenig Germ haben. Und diese Pizza wird gebackt in einem speziellen Ofen aus Neapel, einem Holzofen mit 450 Grad. Und maximal muss von 60 bis 90 Sekunden rein. Die Produkte kommen alles aus Italien. Dann braucht man sowieso immer nur ein bisschen Amore und solche Sachen. Dann kommt die perfekte Pizza. Wir haben nicht nur zwei kleine Kinder, die Olivia Onidroni, sondern wir haben seit 2017 ein neues Baby. Und zwar unsere Pizza-Appe. Das ist ein mobiler Pizza-Ofen mit dem wir im Attersee unterwegs sind. Oder wir sehen uns in Frecklenbrock bei unserem Restaurant die Stadtplatz. Wir sehen uns in Frecklenbrock. Ciao! 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 Ciao!